Herr Kollege Michael Grosse-Brömer von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident! Sehr verehrte Gäste! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Lieber Kollege Schneider, ich verstehe auch, dass man mit 20 Prozent Bundestagswahlergebnis nach einem Schuldigen sucht. Ich empfehle nicht immer nur ins Kanzleramt zu gucken. Suchen Sie einen Billy-Brandt-Haus. Da ist der Erfolg größer, dass Sie einen Schuldigen finden. Das geht vor allen Dingen auch schneller. Davon abgesehen stehen wir heute am Beginn einer Legislaturperiode. Wir haben jetzt bald, dann sofort, eigentlich nach der Konstituierung, Arbeitsfähigkeit hergestellt. Wir haben 289 Kolleginnen und Kollegen als neu gewählte Abgeordnete, die in der letzten Legislaturperiode diesem Bundestag nicht angehört haben. Zwei Fraktionen sind neu ins Parlament gezogen. Diese neuen Abgeordneten werden jetzt mit teils umfangreichen Änderungsanträgen der Geschäftsordnung begrüßt. Ich halte das weder für besonders stilvoll, noch sachlich gerechtfertigt und fair. Die neuen Kolleginnen und Kollegen hatten weder die Gelegenheit, sich mit ihren Anträgen auseinanderzusetzen, noch hatten sie Gelegenheit, jemals live eine Regierungsbefragung oder das, was sie ändern wollen, überhaupt zur Kenntnis zu nehmen oder zu erfahren. Also, deswegen sagen wir, ungeachtet der Möglichkeit, etwas zu ändern, deswegen sagen wir, wir wollen nicht, dass die Anträge heute abgestimmt werden. Wir wollen sie überweisen, damit sie in Ruhe und mit der gebotlichen Sachlichkeit beraten werden können. Und deswegen soll sich zunächst der Bundes-, oder der Ältestenrat damit beschäftigen. Und nur, weil wir am Anfang der Beratung stehen, zum Änderungsantrag der AfD, zum Alterspräsidenten. Hermann Otto Solms hat heute bewiesen, dass es sinnvoll ist, nicht nur auf Lebensalter zu setzen, sondern auch auf politische Erfahrung. Und deswegen sehe ich da keinen Änderungsbedarf. Zweitens, zu den Anträgen der SPD und Linken, zu der Regierungsbefragung. Wir wollen eine lebendige und informative Regierungsbefragung, gar keine Frage, das wollen wir auch. Das Fragerecht muss aber Instrument der parlamentarischen Kontrolle bleiben und sollte nicht Kampfinstrument der Opposition werden. Ich glaube, das liegt in unserem gemeinsamen Interesse, dass wir sachlich argumentieren und nicht versuchen, nur persönlich zu attackieren. Deswegen habe ich da Bedenken. Aber um das auch klar zu sagen, wir sind bereit, darüber zu reden, in der gebotenen Sachlichkeit, nicht im Maurug-Verfahren, um kurzfristig, und ich kann es verstehen, Herr Kollege Schneider, dass die SPD möglichst schnell in die Opposition will. Wir werden Sie dabei unterstützen, aber diesen Antrag bedarf es dazu nicht. Und der dritte Punkt, der Antrag der Linken auf unmittelbare Einsetzung der vier im Grundgesetz vorhandenen Ausschütze. Ich möchte mal betonen, dieser Bundestag, der 19. Deutsche Bundestag, ist ab heute jederzeit in der Lage, Arbeits- und Entscheidungen zu treffen, arbeitsfähig und entscheidungsfähig zu sein. Um das mal klar zu sagen. Sie haben mir suggeriert, wir müssten diese Ausschüsse einsetzen. Müssen wir nicht. Es gibt keine Fristen im Grundgesetz oder sonst wo, die uns vorgeben, diese Ausschüsse heute einsetzen zu müssen. Also haben wir eine darauf basierende parlamentarische Geflogenheit, Ausschüsse einzusetzen, spiegelbildlich zu den vorhandenen Ministerien. Wenn die aber noch nicht da sind, wird es schwierig mit dieser parlamentarischen Geflogenheit. Und deswegen bin ich dafür, wir machen es so, wie es sich bewährt hat. Und deswegen denke ich, der parlamentarischen Praxis ist hier erneut vorrangig einzuräumen. Einzelne Fachausschüsse vorzuziehen bedarf es nicht. Zum Antrag der AfD zu Minderheitenrechten abschließend. Die Minderheitenrechte der 18. Wahlperiode waren Grund und Anlass aufgrund einer starken, großen Koalition, darüber nachzudenken, ob Minderheitenrechte in ausreichendem Maße gewährleistet werden können, zugegeben bei einer damals recht kleinen Opposition. Sie waren Reaktion auf Mehrheitsverhältnisse. Und es gibt deshalb auch keinen Grund, sie zu verlängern. Die GroKo ist nicht mehr vorhanden. Und interessant ist ja auch, dass die AfD die Quoren auf 65 Abgeordnete absenken will. Möglicherweise ist das die vorbeugende Reaktion auf weitere Austritte Ihrer Fraktion. Das weiß ich nicht. Mal sehen, ob bei 65 Schluss ist. Sie haben ja noch ausreichend Zeit. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Anträge, die wir hier vorgestellt bekommen haben, gehören nicht in die konstituierende Sitzung. Wir haben noch viel wichtigere Sachen zu tun. Sie gehören in Ruhe beraten, damit man sich auch fachlich damit auseinandersetzen kann. Dafür sorgen wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt der Kollege Dr. Das Wort hat jetzt der dritte.